in der nahm also lass uns die Friedensfeife rochen ich hasse es wenn er immer abwehren tut so macht das so kommt dann bestimmt gleich Ja, klar, ich kann wieder nicht ausweichen. Weil wieder klar, weil ich wieder kurz vorm Ziel verkacke. Ist doch jedes Mal das Gleiche. Interessant. Bam, 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 beißt ihn in den Hals. Reiß ihn in seinen Hals. Ah, da raus, Alter. Bam. Perfekt. Gegen T-Hook? Also, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwann stimmt hier ganz und gar nicht. Hm, okay. Verstehe. Aua. Äh, daneben. War also ein bisschen zufrieden. Ich muss mal sagen. Schön! Genau! Boah, Doppelattacke, Alter. Mein krass, Alter. Ja, komm, gib mir alles, Alter. Hurensohn, Alter. Ich hab doch schon wieder gek... Mach mir, ey. Oh, Mann, ey. Nee, Mann, da mach ich... Äh, nee. Also, heute ist es wie auch nie gut. Ich mach danach erst mal Feierabend. Äh, okay. Auch ne komische Farbe. Ja, was soll's, egal. Es hat so'n, so'n... Nee, wie soll ich sagen, so'n... So'n... Ach, keine Ahnung. Ja! You know? Ey, willst du mich verarschen, Alter? Oh, Mann, wer doch mal wieder erinnert hier. Ja, mir tut so mein Knie weh, ey. Aua. Da, hast du noch davon. Hast du auch davon. Hast du noch auch davon. Ey, der macht aber viel mehr schon, der Dicke. Genau. Genau. Und? Schau mal weiter. Ja, nee. Nur ich ja wieder. Ja, nee. Äh, ich habe gewonnen. Also, das grenzt an ein Wunder. Ja, genau so. So, stell mir das Spiel mal vor. Immer schön, gewinn, gewinn, gewinn. Nicht so oft verlieren. Wäre da auch mal ne Abwechslung. Und ständig diese Konzerei. Versteht's? Ja, Mann! Da konnte er nicht ausweichen. Also, das war alles unmöglich. In der Luft kann man nicht ausweichen. Da kann man auch keine verteidigen. Fuck, Mann! Äh, okay. Mann! Ich krieg mir die ganzen Haare aus hier! Mann! Das ist doch nicht! Ist Grief schon wie mein, äh, Totem? Bla, bla, bla! So, jetzt jetzt mal weiter mit Original-Farbe. Denke ich mal. Ja, Original-Farbe. Ey! Ey, dieser scheiß Analog-Sick, Mann. Ja, 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 mach ruhig. Mach du mal. Ja, genau. Genau. Mann, Alter, wie... Der kann ja nicht fliegen. Ja, ja. Mann, ey. Ey, komm, Alter, f*** mich doch, Alter. Ja, komm, hier, nimm mich unten. Mach mich kaputt, Alter, ja, mach mich kaputt. Ich hab keinen Bock hier auf den Scheiß hier, Mann. Äh, okay. Also perfekt wird mich keiner besiegen. Keiner wird mich perfekt besiegen. Niemand. 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 Ich muss wieder die Antofa benutzen. Die hier, die ist cool. Mexica. Komm schon. Ey, ey, das gibt's doch nicht, Mann. Nein. Nein, keiner wird mich perfekt besiegen. Es hat nur ein Kick gereicht, um mich perfekt zu besiegen. Ich schreibe noch perfekt. Okay. 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 Ja, werf mich ruhig. Ja, okay, beiß mich ruhig. Äh. Beiß ihn, f*** ihn, Alter. Mann, ey. Ne, scheiße, ey. Was auch ist halt, Mann, ne, ja. Ne, scheiße, ich hab gerade mein Mikro verbogen aus Wut. Muss ich jetzt mal wieder richtig gerade biegen, ja. So, ist okay. Bist du mit Lehm? Mann, ey. Ich kann man bloß so scheiße spielen. Man, wie viel hat der denn aus, Mann? Er hat drei Kicker bekommen. Eins. Ja, I know. Was machst du, Idiot? Also, den fand ich gerade ein bisschen dumm und unüberlegt. Man weiß doch, jeder weiß, dass wenn Blanka sich schocken tut, dass er dann meistens unantastbar ist. Ohne Schaden. Meistens. Nicht, also gar nicht immer. Genau. 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 Hören, sohn, Alter. Ey, Mann. Ich heiße diese Scheiße hier. Gut, okay. Gehen wir gleich umdenken. Ey. Er ist einfach zu groß, Mann. Ey, Mann. Dieser Kerl wird mich perfekt besiegen. Keiner wird mich perfekt besiegen. Wenn ihr nicht Huren, so eine Zeit. Keiner. Einen, kein einziger. Niemand wird mich je perfekt schlagen. Ich war noch 100 Millionen Jahren, Alter. Mann, ey, ich weiß nicht, Jörg. Ich will einfach nur, dass er stirbt. Mann, ist das denn zu viel verlangt? Ist doch nicht besonderet. Ja, klar, Alter. Spaß, Alter. Ey. Ey, Mann. So, bewegt erst mal. In der ersten Runde.